herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge skyrim moddy souls jawohl wir sind immer noch in der mod story mod moon path to elsewhere unterwegs und wollten gerade mal ein paar sachen an den händler loswerden wir haben da oben ja einen reichlichen vorrat an waffen und rüstungen aufgesammelt der typ der hat jetzt nicht so viel kohle von daher können wir da jetzt nicht so viel gold rausschlagen aber wir können mit sicherheit irgendwas von ihm ergaunern was uns nützlich ist fälle zum beispiel können ja jeder immer gebrauchen andererseits würden seelensteine doch eher ein wenig mehr zu sagen vor allen dingen hier die großen gefüllten mächtiger wäre mir sogar noch lieber ich glaube die mächtigen sind besser frage ich meine schon auf jeden fall hier ja die sind auch besser leider ist ja nicht gefüllt aber wir nehmen trotzdem mal die wir haben jetzt auch seelenfalle in unserem bogen von daher könnten wir die eventuell füllen so dann schauen wir mal was wir hier verkaufen können das können wir verkaufen das können wir verkaufen den orkischen bogen können wir verkaufen den kriegshammer diesen sakralen orkischen bogen der natürlich stärker ist als unser momentaner aber unser momentaner hat scoped drin und wir können magische waffen und rüstung sowieso gerade nicht bearbeiten also kann der auch weg können momentan nicht gebrauchen die stahlstreitachs kann weg der stahl zwei hände und bei den rüstungen haben wir bestimmt auch noch ein was hier bebenderte eisen rüstung weg damit jade diadem mit saphir behalte ich mal kurz weil gewicht ist nicht wirklich hoch stahlhelm stahlpanzertusch handschuhe der geringen schießkunst das kann weg zwergenhelm kann weg so dann können wir noch tatsächlich einen weiteren seelenstein hier kaufen ich würde sagen wir nehmen dann mal den großen also wir haben da zwar jetzt nicht mehr so viel rüstung was wir da verkaufen können aber wir haben hier noch das jade diadem und wir haben auch noch hier das neurotoxin scoma könnten auch verkaufen bringt aber nicht wirklich viel hier der zweifach destillierte auch nicht dann verkaufen wir mal neurotoxin kriegen wir nicht ganz die 498 gold aber fast so dann haben wir seine kohle wir sind wieder leichter und sind die rüstung los geworden die wir gerade frisch erworben haben wir haben auch da oben einen stahlbarren gefunden das heißt wir können eigentlich sollten wir ach ich voll idiot jetzt habe ich das teil natürlich verzaubert und verzauberte rüstung können wir nicht bearbeiten na super das war wieder sehr gut gedacht naja was soll's hier schmiede vielleicht vielleicht können wir ja irgendwas schmieden pelze zum beispiel eine andere rüstung nehmen wir wollten aber haben wir vielleicht irgendwas von wert irgendwas kaiserliche bla stahl durch stahlhelm will ich nicht und hier das können wir auch basteln aber wir haben leichte rüstung wir uns auf leichte rüstung spezialisiert von daher bleiben wir dabei mal na gut wir können jetzt nichts dolles schmieden lassen wir das direkt wir können aber hier jetzt mit der quest weitermachen und das machen wir auch so mal ein bisschen schneller bewegen zack wir gehen dorthin wo wir hin sollen so wasserroute nach elts wire einmal kurz speichern nur zur sicherheit vorsichtig ist besser ist nachsicht nicht dass wir da irgendwo stecken bleiben die mod abkackt oder sonst irgendwas man weiß ja nie gerade bei dem bethesda spielen kann es ja schon mal zu fehlern kommen und erst recht wenn man in einer mod unterwegs ist das ist hier übrigens auch eine beta mod also die ist nicht völlig ausgereift allerdings hat er seit zwei jahren der mod auch nichts mehr gemacht von daher wird auch nichts mehr passieren war spinnen verdammt was mache ich jetzt ich würde sagen schnell mal den bogen ausrüsten und bessere pfeile ausrüsten und für die schneller wegkriegen die machen zehn schaden die machen 20 aber davon haben wir nur zwei zwölf davon haben wir aber auch nur sechs zwergen pfeile nehmen wir mal verdammt 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 die mal rennen uns haben wir hier vielleicht noch hier so billigen verschwinde wir sind fast tot alter ist das viehstark ich gehe mal stiften schon wieder fast tot ist noch mal ein level hochgekommen verdammt 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 wir haben keine heiltränke mehr müssen vorsichtig sein schnell weg hier unser companion kämpft noch topfer unser aggro ninja den haben wir down weg hier weg hier weg hier wir müssen vorsichtig sein wir haben doch hier wir haben noch so ein heilungsteil ja nehme ich das schnell mal heilen wo ist denn die spinne ach da hinten sehr gut den bogen wieder ausgerüstet einmal ducken vielleicht machen wir sogar noch ein bisschen extra schaden geil haben wir zack wusch den haben wir auch weg seele haben wir auch eingefangen sehr schön so einmal kurz die acht hohe wieder ausgeschaltet bergblumen kriegen wir hier sehr schön immer direkt mal mit kürbisse kannst du halten brauche ich nicht so bergblumen nehmen wir auch mit haben wir hier sonst noch irgendwo was vielleicht eine versteckte truhe man weiß ja nie wir haben ja gesehen entdecker drang wird hier durchaus belohnt ähm ja luken wir mal hier die spinnen neurotoxin zwergenpfeile kriegen wir auch wieder das ist sehr gut neurotoxin schön schön so hier sollten wir vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger sein und schleichen ich möchte da nicht irgendwelchen spinnen in die arme laufen wir nehmen die todesglockenblumen noch mit drachenbaum nehmen wir mit zutaten en masse das ist sehr gut lavendel her damit ja was atmet die noch so schwer ist noch erschöpft von den acht hohen von dem skill oh nein uns hat irgendwas entdeckt dämliche spinnen verdammt bin ich zu unvorsichtig gewesen nein 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 was mich in ruhe we 전부 w�� w Phototh w 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 Ah, schnell, Heilung. Nein! Alter, was ziehen die so viel ab? Das ist ja der Wahnsinn. Mistverdammter. Schnell ducken. Die sind versteckt, das ist gut. Nochmal hier. Waffen, Zwergenpfeil, Hunting Bow Scoped. So, ich versuche mal irgendwo hinzuschleichen, wo die uns nicht so schnell entdecken. Hier hin zum Beispiel. Nein, 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 nein! Verdammt! Stirb, stirb, stirb! Gott sei Dank. Ah, die klemmt gerade fest, die dumme Spinne. So ein bisschen zumindest. Ja, Agro-Ninja, geh drauf! Wundervoll. Das lief ja wesentlich besser. Sehr schön. Auch mal looten direkt. So. Ja, jetzt müssen wir natürlich die Zutaten wieder sammeln. Gnarf. Das ist ärgerlich. Lässt sich aber nicht ganz vermeiden. Gerade wenn man in so einer Mod unterwegs ist, die eigentlich für ein höheres Level bestimmt ist. Das merkt man ja mittlerweile auch. So. Ich versuche hier mal diesmal ein bisschen vorsichtiger vorzugehen. Ich kann da manchmal ein bisschen übereifrig werden, gerade beim Sammeln. Ich gehe jetzt erstmal um die Ecke, lugen, schaue, ob ich die Spinnen entdecke. Die sieht man aber auch so schlecht. Die sind ziemlich gut getarnt. Ach, da sind sie, ja. Zack. Ha ha. Nummer eins ist down. Los, Agro Ninja. Ach, Gott sei Dank. Agro Ninja ist zweiter. Ah, nein. Noch ein dritter. Uah, weg hier. Ich lasse mal dieses zweite Tor aktiv. Ich glaube, wir machen nämlich mehr Schaden, wenn das aktiv ist und sind auch besser geschützt. Puh. Eben schnell einen Heiltrank verwenden, bevor wir regenerieren. Das möchte ich eigentlich tunlichst vermeiden. So. Zack. Puh. Gut, das haben wir überstanden. Gott sei Dank. Können wir jetzt hoffentlich mal in Ruhe hier ein wenig Kräuter sammeln. Kräuter-Oma-mäßig. Was soll's? Ich bin halt Alchemistin. Habe ich schon bei Oblivion furchtbar gerne gemacht. Tränke brauen. Die einfach... Man kann so viele einsetzen, wie man lustig ist. Sofern man so viele hat, wie man braucht. Die verstärken einen. Die sind einfach von Vorteil. Ich mag Tränke. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die bringen nur Vorteile. Zack. Wenn wir noch eine Amethyst bekommen. Todesglockenblumen. Da hinten sind doch bestimmt schon wieder Gegner. Moment mal. Diese Krabben, die haben uns vorhin nicht angegriffen. Also in dieser anderen Gegend. Aber ich würde mich jetzt hier nicht drauf verlassen, wenn ich ehrlich sein soll. Und ich möchte auch gerne mal sehen, ob die irgendwelche Zutaten liefern. Also werde ich das Vieh jetzt mal angreifen. Unser Bogen hat übrigens schon keine Seelenkraft mehr, wie man auch das nennen mag. Winzigen Seelenstein rein damit. Ja, wir haben auch nur einen winzigen zum Verzaubern genutzt. Einen winzigen Seelenstein. Zack. Rote Flusskrabbe hat Seelenfalle widerstanden. Achso, aber ist schon tot. Ja gut, das ist die Hauptsache. Da hinten sehe ich schon wieder so ein komisches Vieh. Dann nehmen wir am besten mal Terra's Keyblade. Genau. Schade, dass die keine Skins haben. Zack, stirb, stirb. Ich nutze jetzt einfach mal das Tor. Das zweite. Zack. Wir müssen uns ja jeden Vorteil hier zunutze machen. Weil wir leider noch nicht so gut sind, wie ich es gerne hätte. So, wir sind ein Level aufgestiegen. Flusskrabbenchitin. Das nehmen wir mit. Hm. Ja, wir sind ein Level aufgestiegen. Wir können natürlich nicht leveln. Wir können natürlich schon leveln, aber ich möchte nicht leveln, wenn wir nicht vorher einen Fertigkeit-Lehrer besucht haben. Also machen wir das mal eben kurz. So, dazu brauchen wir erstmal einen Kamui-Spawn-Point. und hier rein. Sitzt. Ähm, Kamui-Self. Und hier rein. Mach ich nicht gerne eine Story Mode unterbrechen, aber wir haben dort leider keine Fertigkeit-Lehrer. Und es ist nur von Vorteil, wenn wir leveln. Ja, ich kann euch ein paar Dinge beibringen. Hm, haben wir genug Geld? Nee, nicht ganz. Wirf deinen Blick darauf. Aber wir können ja Sachen verkaufen. Waffen, haben wir hier noch irgendwas übrig? Nee, ich glaube nicht. Bekleidung auch nicht. Nein. Zaubertränke. Wir haben noch die Neurotoxine, die uns sowieso nichts anderes bringen, außer Geld. Also können wir die auch verkaufen. Ich kann euch ein paar Dinge beibringen. Neue Stufe. Ich würde sagen, wir knallen nochmal Gesundheit drauf, weil wir das gerade gut gebrauchen können. Schießkunst. Können wir das nochmal verbessern? Nein, gerade nicht. Adlerauge. Hm, wenn du während des Zielens Blocken drückst, kannst du heranzoomen. Mit Sicherheit sehr nützlich, aber möchte ich gerade ehrlich gesagt nicht. 10% Chance für einen kritischen Treffer, der zusätzlichen Schaden verursacht. Hm. Nein, mache ich jetzt noch nicht. Leichte Rüstung, kann man das aufbessern? Noch nicht. Was machen wir denn? Ähm, der Herstellen wäre mit Sicherheit auch nicht ganz verkehrt. Verzauberung wäre auch nicht verkehrt. Schmiedekunst würde ich gerne weitermachen. Da sind wir aber... Ah, Elfische Schmiedekunst. Sehr gut. So. Jetzt möchte ich natürlich trotzdem Geld verdienen, damit wir noch weiter trainieren können. Ja. Aber ich glaube, wir haben nicht mehr so viel zu verkaufen. Ich gucke jetzt noch mal ein bisschen was durch. Vielleicht haben wir ja noch irgendwas. Amethisten, komm weg damit. Irgendwas müssen wir gerade ein bisschen Geld verdienen. Granatstein, weg damit. Makellose Amethisten, Rubin. So, reicht das vielleicht schon? Ich gehe mal zu einem Fertigkeitlehrer, wo wir noch nicht so gut drin sind in der Fähigkeit, weil dann kosten... Aber wenn jemand fragt, habt ihr das nicht von mir verstanden? Kosten die, äh, äh, kostet das Training auch weniger. So. Haben wir auch. Sehr schön. Jetzt müssen wir Kamui Return Self machen. Zack. So. Sehr schön. Einmal kurz speichern. Falls wir jetzt sterben, dass wir das nicht normal machen müssen. Das wäre sehr ärgerlich. So. Wir rüsten dann mal den Hunting Bow wieder aus. Und wir können weitermachen. Zutaten. Haben wir hier noch Zutaten? Der ist Toast, ne? Ja, der ist Toast. Welche Richtung müssen wir jetzt eigentlich? Ich glaube, dort entlang. So. Und hier noch? Nichts. Bergblumen nehme ich auch mit. Könnten wir eigentlich auch mal wieder machen. Ein paar Tränke brauen. Machen wir aber später. Ah, was haben wir denn hier? Ein Skelett. Na, dem ist es nicht gut ergangen. Alte Nordpfeile nehme ich auch mit. So. Finde ich aber auch lustig. Hier sind Skelette, ja? Skelette bedeuten doch, die liegen hier schon seit, sagen wir mal, ein paar Tagen. Aber das Feuer brennt noch. So. Knochenmehl, alter Nordpfeil, her damit. Und eine Lehrlingstruhe. Die sollten wir eigentlich ohne größere Probleme aufbekommen. Jawohl. Gewöhnlicher Seelenstein, Gold, Elfenstreitkolben, Stab der Wiederbelebung. Lebt einen schwachen Toten wieder und lässt ihn 60 Sekunden lang für dich kämpfen. Her damit, gibt Geld. Äh, du kannst, was, du trägst zu viel und kannst nicht rennen. Mist, verdammt. Wir sollten uns vielleicht auch mal wieder ein paar Taschen machen. Was haltet ihr davon? Ich bin direkt hinter uns. Was soll ich nehmen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was so viel wiegt. Äh, pfuh, sheesh. Was geben wir dir? Waffen. Elfenstreitkolben. Hier. Äh, was haben wir noch? Stab der Wiederbelebung. Hier. Was wiegt denn so viel, was wir dabei haben? Bestimmt irgendwelche Rohstoffe. Hier, Eisenbarren, Eisenerz. Nimm das mal mit. Grundumbarren. Ich gebe jetzt mal alle Barren und Erze. Leder auch. Hier. Leinentücher kannst du auch nehmen. Mondsteinerz. Urichalkumbarren, Silberbarren, Stahlbarren. Hier, Stroh nimmst du auch. Und Zwergenschmetallbarren. Ah ja, guck mal. Traglast ist schon wesentlich weniger. Wir können wieder deutlich mehr mitnehmen. Sehr gut. So, lieber mal ein bisschen schleichen. Wir wollen ja nicht wieder in eine Spinne reinrennen. Aber da hinten scheinen nur diese Echsenviecher zu sein. Diese Zalisken, oder wie sie heißen. Huch, das war ein bisschen übers Ziel hinaus. Zack. Seele gefangen, da sage ich nicht nein. Bleib stehen, du dumme Echse. So. So, ich würde sagen, dann nehme ich mal lieber wieder unseren Medical Ninjutsu und Terras Keyblade. Das war's. Zalisk, Augapfel, Zwergenpfeil, nehmen wir gerne mit. Und hier, Augapfel, nehmen wir auch mit. Sehr schön. Einmal kurz heilen, obwohl wir sind ja voll. und wieder den Bogen ausrüsten. Da ist schon wieder so eine Flusskrabbe. Töten wir auch. Hat der Seelenfalle widerstanden? Ja, wahrscheinlich, weil wir nicht die passenden Seelensteine dafür haben. Flusskrabbe, nehmen wir sehr gerne. Einmal kurz zwischenspeichern. So, was haben wir denn hier? Kürbisse, Todesglockenblumen, die nehme ich gerne. Noch eine Flusskrabbe. Bis. So, den haben wir auch. Huch, oder auch nicht. So, jetzt aber. Hier haben wir noch Zutaten, die nehmen wir auch. Na. Oder auch nicht. Komisch. Ach, da ist noch eine Flusskrabbe. Oh, stirb schon. So. Zack. Haben wir sonst noch Zutaten? Äh, nö. Was haben wir denn da vorne? Todesglockenblumen. Ja, damit. Ich speichere nochmal zwischen. Ich weiß, das ist ziemlich viel, wie oft ich zwischenspeichere, aber, ähm, lieber so, als irgendwelchen Spinnen in die Hände zu laufen. Und die klauen, oder was auch immer die haben. Nein, 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 nein. Ja, so ungefähr. Verdammt, die sehen einen aber auch verdammt schnell. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Stirb. Lass mich in Ruhe. Nein, nicht angreifen. Jetzt stirb schon. Oh, Gott sei Dank. Da hinten lebt noch irgendwas. Sagt mein Radar. Hinten scheint noch eine Spinne zu sein. Ich ducke mich mal in der Hoffnung, dass ich aus dem Sichtfeld verschwinde. Und unser Bogen scheint schon wieder keine Seelen-Dings gefüllt zu haben. Klein, gewöhnlich. Nehmen wir einen gewöhnlichen. Ich hätte einen besseren Seelenstein dafür verwenden sollen, aber ich plane sowieso nicht ewig mit diesem Hunting-Bogen rumzurennen. Ich möchte ja irgendwann auch einen besseren haben. Seht ihr die Spinne da? Da ist er. Zack. Eier schön rum da. Na, komm. Zack. Ich spiele lieber auf Nummer vorsichtig. Zack. Na. Zack. Jetzt rennt er wieder nach links. Jetzt kommt er wieder nach rechts. Jetzt rennt er wieder nach links. Dummes Vieh. Aber lieber so, als dass er zu mir rennt. Zack. Ja, komm. Das letzte bisschen, das kriegen wir auch noch so weg. Zack. Zack. What the fuck? Ja, das war eine fliegende Spinne. Ah, Drachenbaum. Zack. Ja, liebe Leute, das war es auch schon für heute. Wir werden dem Pfad hier nächstes Mal weiter folgen. Ich weiß nämlich nicht, wie lange das hier noch geht. Aber wir sind schon wieder über 20 Minuten hinaus. Ja, wir haben heute weiter die Moonpath-Duells-Vaya-Mod erkundet. Sind leider nicht viel weitergekommen, aber haben ein paar Spinnen erledigt, sind hinaufgelevelt und haben unsere Fähigkeiten verbessert. Ist ja auch schon viel wert. Zutaten haben wir auch viel gesammelt. So. Haben wir hier noch was? Nein. Ich dachte, wir wären die Libelle. Alles klar. Vielen Dank fürs Einschalten, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.